Ah yeah! Willkommen auf Mirage, Freunde. Kitschen. Ach ja, das wird ein Loose, ich sag das ja. Mirage ist einfach nicht meine Möpfe. Lass uns gehen. Hör einfach mit der Glocke nicht, Junge. Ich versteh nicht, wie ich dann immer, immer auf die Fresse krieg. Immer wenn ich da lang laufe, krieg ich einen Headshot. Versteh ich nicht, warum man mich da nicht decken kann. Oh, jetzt hab ich wieder Headshot. Ja komm mit der Nate, ja. Ach, das wird eine anstrengende Runde. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Let's begin. 2 HP 1, 2 HP No, 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 Palace, now 2 HP Yes Pfff, ich habe wieder Headshot Warte, dreimal gestorben, drei Headshots Was willst du dagegen machen? Da machst du gar nichts Vor allem ich hasse es bei Tee anzufangen, weißt du das? Ne, wenn ich da lang gehe, werde ich wieder weg müssen Ich weiß ganz genau Da Ja Da 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 Ich schaue ihn an. B scheint klar zu sein. B ist klar. A ist der F. Puh, ich muss erstmal wieder reinkommen, Freunde. Vor allem mit der Aka kann ich momentan überhaupt nicht umgehen. Ey, die haben ja Geld, aber trotzdem. Ich habe immer noch keinen perfekten Punkt gefunden, wie man auf A drauf geht. Ich denke nicht mehr. Wie man auf was? Wie man auf A geht. Einfach nur drauf. Ne, eben nicht. Jetzt seht ihr das vorhin, wie schön ich zwar gesmoked habe. Ach ja, Teammate, Mann. Ich dachte, du guckst. Stairs. Was ist denn jetzt? Was hat jetzt wieder oder was? Thanks. Gib mal die Bombe. Was ist denn? New Palace, please, auf den Wald. Hör, 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 hör. Ebel. Pfff, Alter. Junge, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ohne Witz. Ich hasse diese Maps. Ich weiß auch nicht, warum ich... Immer diese Headshots, Junge, das... Boah, Junge, Mann. B-Rush. Nope. Wie, nope. Gib dir mal nope. Ich zeig dir jetzt mal, wie B-Rush geht mit deinem Nope. Hier einfach drauf, hör mal. Hm. Warum helft ihr mir da nie? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ihr bleibt einfach immer alle da, wartet immer. Warum kommt ihr nicht mit mir? Ich versteh's nicht. Bin ich irgendwie zu blöd für. Oh. Der Terrorist, win. Irgendwie voll CT-Map. Eigentlich schnell. Junge, warum lecken die denn alle hier so rum, Mann? Was ist mit denen? Okay. Auch der. Mann, die... Das war schlecht gemacht von mir, ich weiß. Ich bin ein Terrorist. Ich bin ein Terrorist. Ja, Freunde, so seht ihr, warum ihr, also ich vor allem, kein Mirage spiele. Ich hasse diese Map. Ohne Witz. So eine scheiß, dumme, dreckige, dumme... Drecksmack. Ja, blockiert mich alle. Ist okay. Ne? Du bist jetzt. Ich bin ein Terrorist. Ich bin ein Terrorist. Ich bin ein Terrorist. Ich bin ein Terrorist. 10. 10. 11. 12. 12. Ach ja, komm, Junge. Was machen wir da? Maus sendet sie mal ein bisschen höher noch. Da muss ich das hier füllen. Genau. Wie sie es vor allem dann immer alle wissen. Dass ich dann da immer hin will. Er ist einfach schwul mit Randoms. Ganz einfach. Da kannst du nichts sagen. Nice. Das muss ich sagen. Schön. Okay. I'm going to flashback. Smoke! I'm gonna flashback. I'm going to flashback. I'm going to flashback. I'll flashback. Last. I guess he'll get in the headshot with the FF-7. CT. Blast. Okay, cool. Und jetzt? Ich wollte es nur gesagt haben, weil der Grün irgendwo anders hinguckt. Ich lege eh wie Scheiße. Ich lege die Flaschmack. 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 Flaschmack. mindestens glaube ich einen 6 erlaubt noch der war bei links gfb 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 der ist da nicht der war bei asters wird wahrscheinlich über dings kommt küsse der slow 2 hp jungen hatten aber aber jungs ne klaus ja du schein bot wo war der denn jetzt schon wieder was der ist sogar die ganze Zeit hin, weißt du oh mein Gott oh mein Gott er sagt er doch auch elektrisch heiße nice 3 zumindest mag ich meine Mutter und nenne mich nicht ja, nennen tut sie mich auch nicht so tut mich anders, da nenne ich, nenne mich nur ja das soll jetzt was sein dass meine Mutter mich nicht sep nimmt, wie du deine Aussage gesagt hast ah cool ich sag einfach, deine Mutter mal die zwei mehr auf dem Strich gehen, damit er in der E-Vo-Kontaktion dann wäre es also gut, wenn er in der Leitung ist doch, werde ich sagen wer ist ja da mit anstrengend, wenn er in den Arm ist, das heißt ja, dann kann jeder nennen, wer will was hat das jetzt anbeziehen, das hat null Zusammenhang doch, schon doch, schon ah ok, gut Kettchen pinst da was hat das mit dem Zusammenhang wenn er in Sepp heißt und die Mutter so genannt hast was hat das mit dem Zusammenhang was hat das mit dem Zusammenhang ne, klar, klar, klar den Namen kriegt man von den Eltern, du Spacken ja, ach, ehrlich warum wächst nicht denn auch wenn die den nennen, ist doch scheiß egal weil es ne 1.Liga-Name ist, man deswegen ja und ja und ja und ja und ja und gut ich würde sagen mir zumindest, dass ein Toll-Account von euch ist vielleicht vielleicht das was ist Toll-Account naja ja das ist doch gut dank dir auch wenn du mich Meister nennst ja ge-up und go again kontakt alright alright roger Ja ne c ja genau mit Alphabet kannst du auch nicht wie die Planken genau weißt du sowas hasse ich Junge wie kann man mir dann Headshot geben man ja genau alles klar den Report oder aber sonst das sieht ja an Bord Junge das hört sich gut an Wollen wir erstmal gönnen oh ja seid ihr alle so kack um A zu halten oder was merkt schon ich muss leider zu B gehen muss hiermit auch mal bei B ach ja komm Junge der hat ihn nicht einmal gehittet oder was oh Gott komisch dass ich auf einmal über ihm bin ich nein Fritzbahn dann hat mir das nicht verboten Junge könnt ihr auch mal irgendwie sagen wo wir die sind vorletzter leise ja kann ich ja nichts führen dann bist du in meiner Klasse wir waren alle keinen Rang oder was oh ach Junge tja Freunde das war es auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden die Map erstmal nicht mehr wieder spielen bis gleich bei Office Mammy bis gleich bei Office Mammy